Kinder, die ganz allein sind und am Strassenrand schlafen müssen. Die sich Essbares aus dem Abfall suchen. Die jede Arbeit annehmen müssen, um zu überleben. Das ist die bittere Realität von Strassenkindern. Und die Strassen der Millionenstädte unserer Welt sind ein gefährlicher Ort. Gewalt, Raub und Drogen sind allgemein. Um diesen Kindern zu helfen, unterstützt Jugend eine Welt eigene Don Bosco-Straßenkinderzentren in Lateinamerika, Afrika und Asien. Doch viele Kinder haben aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen kein Vertrauen zu Erwachsenen. Wie kann ihnen also geholfen werden? Hier kommt der Fußball ins Spiel. Beinahe jedes Don Bosco-Zentrum hat einen eigenen Fußballplatz. Sport erweist sich immer wieder als Magnet, um die Kinder von der Strasse wegzuholen. In ihrer Mannschaft lernen sie, gemeinsam für ein Ziel zu spielen, entwickeln Teamgeist, Verantwortungsgefühl und Selbstvertrauen. Zudem entstehen neue Freundschaften. Die Kinder lernen aber auch, die Projektpartner von Jugend eine Welt kennen und bauen langsam Vertrauen auf. Sie werden medizinisch versorgt, bekommen warme Mahlzeiten und saubere Kleidung. Damit sie die Chance auf ein besseres Leben haben, können sie zur Schule gehen oder eine Berufsausbildung machen. Fußball kann das Leben von Straßenkindern retten.